Deine rum! Okay, auch nichts zu. Ich schmeiß dich wieder die ganze Zeit rum. Nein! Haben wir jetzt eigentlich nur was, dass das... Wo kriegen wir Gold her? Jetzt einfach, dass wir einfach Gold herkriegen. Kann ja nicht sein, dass wir kein Gold kriegen irgendwo her. Ach so. You have died 0 of 9 1 times. Wir müssen einmal sterben übrigens, ne? Warum? Du quisst. Okay. Ne, die brauchen wir nicht machen. Ja gut, die, äh... Warte, ich geb dich mal schon ertönen. Die würde sich sowieso refreshen, sobald wir, äh, gemacht wurde. Das ist richtig. Was hat er jetzt genommen, nein? Ich kenne hier schon wieder hohe Bäume wieder rum. So. Was können wir jetzt noch machen? Wo war ich denn stehen geblieben? Ach, scheiße. Das war hier glaub ich irgendwo. Das ist die Aula kaputt. So, gute Nacht und feier schön, solange es noch geht. Ab einem gewissen Alter wird man ja nicht mehr älter, sondern nur noch besser. Ja, richtig so. So, was können wir denn hier noch machen? Ne, da war ich doch gar nicht drin. Ich war irgendwo anders drin. Ich war hier drin. Und ich wollte Location, Location, Location machen. Aber dafür brauche ich den Relocator. So. Relocator. Wie machen wir den denn? Äh, die Musik heißt, will ich dir sagen? Hm? Glass Paints und... Astronaut von Sido. Eigentlich auch. Ein Wunder. Haben wir irgendwie schon die Möglichkeit Sand zu beschaffen? Ähm... Eine Sackmill brauchen wir, dann können wir das machen. Ja, dann los. Machen wir. Oder ein Crusher. Crusher wäre sowieso besser. Crusher ist... Wollen wir irgendwie... Ich weiß noch nicht, wie ein Crusher... Und äh, eventuell... Irgendwie mal langsam gucken, dass ich Kabel mache. Damit wir mal unsere Energie anmachen können, ne? Einen Crusher oder einen Electric Crusher? Was brauchen wir denn? Ist das egal? Was ist der Unterschied zwischen Crusher und Electric Crusher? Eine ist elektrisch und der andere nicht. Ehm. So. Aber wir brauchen eh erst einen Crusher, um einen Electric Crusher zu machen. Okay, dafür brauchen wir... Was auch immer. Convection Power Grinder. Und wir brauchen Iron Planting. Iron Planting kriegen wir... Ach du Scheiße. Viel Spaß. Glaub nicht, dass wir so viel Eisen haben. Außer hier, Lina hat schon wieder Eisen already ganz viel in... In der Tasche. Ich hab das falsche Zeug, aber ich hab... Ich hab... Ich hab... Äh... Äh... Achtzehn. Wo sind die denn jetzt, die blöden Datter? Hab ich sehr glatt drüber sehen, die Änderung Energiekonduits. Dann gib mir das mal... Ah ja. Eins. Eins nur. Mehr nicht? Aha, okay. Aha, okay. Aha. Achtzehn. Wir bräuchten einen Aloysmelter. Ach ja. Wir brauchen vierte Sachen. Hast du keine Metroriten bis jetzt wieder rausgekriegt? Hm. Ja. Passt da. Was? Falsche Zeug. Falsche Zeug. Wär schon geil, oder? Falscher Stein. Ach, das ist ein falscher Stein dafür, okay. Hat Sturi dir das falsche gegeben, da kann ich auch nichts zu, ey. Sturi, so kann unser automatisches Sieb nicht arbeiten. Was denn? Ja, dem fehlen die Steine dafür, dass er was machen kann. Ah. Bin ich hier praktisch gegangen? Muss ich jetzt hier Steine klopfen? Ich müsste mir mal vor allem in der Luft holen. Das ist an sich schon eine gute Idee. Moment, ich gucke gleich, ich gucke gleich. Erstmal durchatmen mit der neuen Luft. Du bist noch nicht so zugepupst. Noah Drescher, ich danke dir für deinen Podo. Die kriegst du nie wieder an dem Moment, das war anders. Ne, kriegt er ja auch nie wieder. Aber das verrate ich immer nicht. Ich packe jetzt alles, was mit Eisen zu tun hat, hier rein. Ach. Da. Langsam müsste unser Stern doch auch mal aufgeben, oder? Ah. Wieso hast du mich gehauen? Wieso hat mir jemand seine Seele geschrieben? TJ580, danke für deine Seele. Wie kriegst du nie wieder? Ja, ich hab Geburtstag seit 26 Minuten. Genau. Manuk, 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 Manuk Time. Einfach leftig sein, was? Das Eisdienmelche. Anstupsen, dann bekommt ich's auch mit. Was? Was geht's jetzt? Was geht's jetzt? Ich verstehe. Er versucht sich wieder um seinen Chat zu kümmern. Ja, zwischendurch mal. Er versucht in der fünften Questreihe den Chemical Simpsire zu kriegen. Dann kannst du Eisen und Gold auch anders herstellen. Ja, bitte. Erklärt ihm bitte, wie das geht. Fünfte Questreihe. Fünfte Questreihe. Fünfte Questreihe. Fünfte Questreihe. Fünfte. Den Schimmelkel was? Wo ist'n der? Der Bieler Seeds. Sweet Child of Mine brauch ich dafür erstmal. Dann brauch ich's zu gross für. Zehn Stück. Haben wir doch irgendwo, oder? Haben wir noch nicht irgendwie? Zu gross. Hier, ist das nicht das? Kann ich das nicht direkt abgeben irgendwie? Doch, da, geht direkt. Geh mir mal deine Dia-Spitzsacke. Ja, hier. Bedien dich. Frauen wollen nur Diamanten haben. Immer wollen sie Diamanten haben. Wenigstens eine Spitzhacke. Immer wollen sie Diamanten. Und wenn's in Spitzhackenform ist, kannst du dir um den Hals hängen. Was hab ich da für Kanister gekriegt? Fült-Full-Kanister. Geht besser. So. Ach, ich will Steine kloppen mit meiner Spitzhacke. Hm? Dafür ist die nicht da. Ist für ein Meteoruiten da. So, egal. Weiter geht's. In welche Richtung muss ich denn bauen? Wo ist denn die Sack? Ich weiß ja nicht, was es ist. Ist das hier unten das Gerät? I don't want to mine anymore. Das klingt gut, oder? Ja. Ich brauch, ich brauch einen Moontorf. Einen. Hab keinen. Hast du einen Moontorf, Nina? Gib mir mal einen Moontorf. Komm raus, ich hab einen. Hey, Nina, gib mir einen. Danke. Danke. Hättest du auch den da einfach abbauen können, den ich da wundervoll hin platziert hab. Wieso geht das nicht? Ich hab den Moontorf-Kanten da aber nicht. Langsam gewöhne ich mich wieder an das Geräusch. Tobi-Nator! Ich grüße dich. Warte mal, das ist ein Crafting-Task. Der Kapper-Smiley ist echt geil, ja. Ich muss das Moontorf craften. Hier, kannst du gebrauchen. Ich kann's nicht. Ich kann's nicht verwenden. Ich muss Moontorf craften. Wie macht man das denn? Was? Jetzt kann man craften und ich bin ja die ganze Zeit am abbauen? Wollt ihr mich verarschen? Ja. Achso, ich brauche Oxygen. Was? Ich muss auch meine Chatliste durchlesen. Moment. Was ist da los? Was schreibt mir so viel. Ich party hier. Ich muss zwischendurch auch noch spielen. Es tut mir leid. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Huch, jetzt hab ich ganz zu viel abgebaut. Nein, jetzt ist das wieder nicht symmetrisch. Symmetrisch. So geht das nicht. So geht das nicht. Also, hau zu, was auch immer. Alina, please. So, ja, please. Ich bin wegen Abkürzung allergisch. Ich spreche nur ganze Wörter. Genau. Ciao, IC. Ja, spiel Rocket League. Vielleicht kannst du nachher noch Leute mitmachen. Weiß ich ja nicht. Wir werden irgendwann mal umsteigen. Den bekommst du, wenn du den Quest mit dem Chemical Decomposer 5 machst. Was bekomm ich denn? Keine Ahnung. Weiß ich schon nicht mehr. Mit dem Chemical Decomposer kannst du das Zeug in einzelne Teile zerlegen und die Quests weitermachen. Mit dem Chemical Decomposer. Mit dem Chemical Decomposer. Genau. Dann mach den mal bitte. Kann ich was zerlegen? Ich glaub, dann kann man so ziemlich alles in seine Bestandteile zerlegen. Aber Gott sei Dank, dass du das machst. Ich hab keine Chemie studiert. Ja, jetzt kann ich die Chance Deck Redstone haben. Hatte ich nicht schon einen Chemical Decomposer? Was? Wollte ich das erst noch bauen? Ich bin raus. Ne Link, dich lassen wir nicht. Wir wollen das schon selber machen. Das wäre ja doof, wenn du das alles machst. Oh, was ist das denn? Kann ich das einfach? Ja. Und die passenden Sachen wieder zusammenfügen. Alles klar. Sag ich doch, Chemie hab ich nie studiert. Also brauch ich den Chemical Decomposer. Haben wir die schon irgendwie sowas gebaut? Ein Chemical Decomposer? Hab ich das denn irgendwie... Hab ich da nicht irgendwas schon mal gehabt? Oder... Ich weiß es gerade nicht mehr. Das ist es auch nicht. Ich würde es ja jetzt gerne aufs Alter schieben. Weil es geht nicht. Nee, 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 nee. Weil bei mir nicht. Das war dieses Ding. Okay, jetzt weiß ich wieder wie es aussieht. Ich weiß wie es aussieht. Das habe ich doch irgendwo hingepackt. Dieses Ding. Ich weiß das. Das habe ich weggeschmissen. Das habe ich gedacht. Schimmel Decomposer. Ich habe ihn. Wo setzt ich das hin? Ich brauche einen Raum, wo ich arbeiten kann. Ist ja schrecklich hier mit euch. Warum welche? Wieso habe ich so viel Cobblestone gekriegt? Ich weiß es nicht. Warum woraus denn? Du siebst ja alles weg. Hihihihi. Es hieß, ich soll sieben. Ja, ja. Macht's. Hallo, hallo. Guten Tag, guten Tag. Ah! Wo ist denn? Oben. Liegende Spinnen, ich glaube es nicht. Muah! Muhahaha! Monster Hunter. Ich brauche einen Raum irgendwo, wo ich was mitmachen kann. Wo ich was bauen kann. Ja, also entweder hier direkt dransetzen, würde ich sagen. Oder nach unten. Ich gehe nach unten. Hm. Hm. Gefällt mir alles nicht so richtig. Das ist schon alles unten ausgehöhlt. Du gehst hier auch mal rauf und mal wieder rein. Ich geh jetzt einfach hier runter. Tschüss. Das ist spitze hier. Hier ist genau richtig. Hier gehe ich hin. Habe ich irgendwas verpasst heute? Fox Fox! 66! Ich grüße dich. Sei auch du willkommen. Bei den versauten Blumen. Und ihr werdet noch früh genug rausfinden, was das ist. Ich bin ja schon gespannt eigentlich. Ich weiß es nämlich nicht. Was, wer ist gekommen? Ich bin noch nicht gekommen heute. Doch, zweimal. Nein, viermal. Was? Was? Ich hab nix gesagt. Hier liegen schon wieder Steine. Nur viermal? Heute? Das sind doch schon 32 Minuten. Also bitte. Steig nicht mal an. Was ist da los? Was ist da los? Wieso nur viermal? Ja. Biene. Ne, den hab ich rausgelöscht. Wieso steht hier schon wieder ein Stein? Er hier nicht hingehört? Wo? Was? Wer steht da schon die ganze Zeit? Das war da schon. Das war der Stein, den ich für Rosa platziert hab. Ja. Ein Stein für mich platziert? So, Schimmelkühle Decomposer. Was muss ich da jetzt? Braucht der Strom? Was muss ich da reinpacken? Ich packe jetzt einfach mal Mondtuff da rein. Mal gucken, was ich kriege. Was ist das jetzt hier für ne Kiste? Eisen. Okay. Empty. Empty. Was braucht der? Was braucht der? Was braucht der? Was braucht der, um zu funktionieren? Was? Was? Strom hab ich hier keinen. Was braucht er? Ach, du brauchst du den Strom für das Zeug. Kann ich dir irgendeinen Raum begradigen? Ich baue jetzt ne Treppe hier. Ich brauch Strom für das Zeug. Hast du gehört? Ich baue den jetzt wieder ab. Da geht der bestimmt kaputt bei. Schade. Warte, ich geh nimm nur den Sterling Generator und packen den daneben. Das müsste doch funktionieren. Dann gib mir doch den Sterling Generator. Der liegt doch hier in der Kiste. Wo denn? Da. Was muss man da reinpacken und damit der was funktioniert? Kohle. Kohle. Oder auch Scharkohl. Ja. Ich nehm mal hier 10 Kohle mit. Tschüss. So, also packen wir jetzt mal das Ding da hin. Wir packen das Ding da hin. Und dann packen wir hier mal Kohle rein. So. Dahin. So. Dann müsste doch hier jetzt Strom bei rauskommen. Hoffe ich. Oh. Geht nicht. Tut's auch. Was? Schucker versucht Treppen irgendwo dran zu bauen. War schon gut. Wieso geht das jetzt nicht hier? Ich erzeug doch Strom oder nicht? Erzeug ich hier keinen Strom jetzt. Aber irgendwie kann ich das noch nicht. Geht noch nicht. Powered. Es ist Powered. Aber es funktioniert nicht. Kann ich Moonturf nicht einschmelzen? Muss ich Moonrock einschmelzen? Ja, wie funktioniert das denn jetzt hier? Mensch. Keine Ahnung. Help. Ich schritt Help. The chemical decomposer takes any item and decompress it into its chemical parts. It will also split molecules into individual elements. Not all items decompose. Try planting fundamental items such as iron, clay, wood, etc. Okay. Wood. Sturi ist weg. Oh, Wood hat geklappt. Ist irgendwie weg. Warum ist Sturi weg? Ich behalte es nicht. Ich soll Kabel reinhauen. Alles klar. Ich hau Kabel reinhauen. Oh nein. Wo kommt was raus? Wo kommt was raus? Hier haben wir mal reinhauen. Wo ist denn Sturi jetzt? Sturi. Check. Sturi soll die Baumfarm fertig kriegen. Damit könnt ihr auf einfache Weise unendliche Scharkol und Holz produzieren. Das ist richtig. So, ich hab jetzt hier alles mögliche, die kommt. Ich hab noch einen Chest hier, da kann ich alles reinpacken. Pack einfach nach oben hin. Kann ich hier einfach nach oben hin den Ausgang definieren? Natürlich nicht. Weißt du, die ganze Scharkol ist weg, alles klar. So, ein Kabel ist noch da. Sturi gekommen ist da wieder. Der wird auch da bleiben. Der wird auch da bleiben. Hast du mit Sturi, wo ist die hier? Ausgetimed. Ja. Oh, mein Fingerblut. So, jetzt muss ich mal gucken. Was brauchte ich? Was wollt ihr eigentlich machen? Ich wollte irgendwas in diesen fünften Festreihe machen.